Tim, was ist los? An meinem K-Board hast du, glaube ich, dein Feuer neben dir. Das macht so einen Leif-Sinn. Du hast ja lustige Haare und coolen Crawling hier. Komm rein. Ja, endlich den Plan abbauen. Nieder mit dem Plan. Hier vorbei, vorbei in den Szenerien. Hier geht's ab zum Proben. Carlo mal wieder zu spät. Egal. Ich hab Techno Orange, aber Psychos auf jeden Fall auf der Love Parade. Wieso der hier? Ich muss die grüße Pfeffermühle machen, echt? So. Ja. Ey, Seiko, warum schmeißt du das alles einmal um jetzt? Komm, Marc. Lass mich doch einfach dir mal aussortieren. Lass mich doch einfach dir mal aussortieren. Die gute, alteste Greenboxer-Short, oder? Seiko, packst du für die Love Parade? Ja, klar. Und so sieht das also aus in einem Koffer von einem... Von einem was? Wie nennst du dich? Buchautoren, DJ, Multitalents. Ey, Seiko, warum schmeißt du das alles einmal um jetzt? Komm, Marc. Lass mich doch einfach dir mal aussortieren. Die gute, alteste Greenboxer-Short, oder? Pause. Tim, los, wir gehen raus, Basketball spielen. Zeig nochmal. Was? Swag. Ja, geil. Sexy, yo. Tim, bitte. Ey. Ey, Wanya und der... Oh, Wanya. Richtig französischer Rauch, der da hochsteigt, ey. Geil. Ne, raucht nicht nur fürs Video, weil es gut aussieht mit dem Spot. Hallo. Hallo. Was macht ihr denn da? Ja. Cool. Was eßt ihr denn? Guckt euch diese fancy Trehters an. Kannst du mal aufhören so zu zittern? Es wird echt wackelig. Hi, Ryan. Hallo. Yeah. Hi, Ryan. Sehr gut. Was soll ich machen? Weißt du, so ein nices Pick? Ein nices Pick machen? Einfach so? Ja, warte. So? Du weißt doch, ich bin auch Sneaker-Blogger. Soll ich so machen? Was gefilmt, ne? So, alle haben die Instrumente eins nach links gewechselt. Wir haben hier Flo am Bass, Johann als Backing-Sängerin, Jenny an der Gitarre, Tim ist ich und ich zocke hier. Beautiful. Die Worte beten nicht. Das war so. Wenn ich den Worte in der Welt erzählen möchte, was ich will? Worte denn? Das war so. Vielen Dank.